Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Collector-Szener, in dem wir uns heute nicht mit Fußball, sondern mal mit einer anderen Sportart beschäftigen wollen und zwar dem Wrestling. Und dazu schauen wir uns 10 Stickertüten der WWE Ultimate Collection von TOPS an. Die Serie selbst stammt aus dem April 2017, ist also jetzt knapp über drei Jahre alt. 244 Sticker umfasst diese Sammlung insgesamt und für die Unterbringung der Sticker gibt es ein 48 Seiten umfassendes Album. Für die deutschen Wrestling Sticker Sammler ist das auch die aktuellste Kollektion. Alles was TOPS in Deutschland danach veröffentlicht hat, waren Trading Cards. Während man bei TOPS UK für die englischen Sammler im Jahr 2018 noch eine weitere Stickerkollektion veröffentlicht hat. Die hat es aber wie gesagt offiziell nie nach Deutschland geschafft, so dass das hier immer noch die aktuellste WWE Stickerkollektion von TOPS ist. Und damit haben wir glaube ich genug um diese Sticker herum erzählt und jetzt wollen wir sie uns mal anschauen. Zunächst noch ein kurzer Blick auf die Stickertüte aus der Nähe. Das ist die Vorderseite. Blick auf die Rückseite. So sieht sie von hinten aus fünf Sticker in jeder Stickertüte. Offizieller Preis im Handel waren damals 70 Cent. Jetzt schauen wir uns mal die enthaltenen Sticker an. Da haben wir zunächst ein Survival Sticker im Großformat. Denn ihr seht alles was danach kommt sind kleinere Sticker. Ihr werdet mir nachsehen, dass ich nicht alle Wrestler jetzt persönlich mit Namen kenne. Dafür ist es einfach nicht meine Sportart. Heißt aber ja nicht, dass man die Sticker nicht dennoch sammeln und euch zeigen kann. Aber zu jedem enthaltenen Bild da jetzt was zu sagen, das möchte ich mir gar nicht anmaßen. Das sollen dann doch lieber die übernehmen, die sich mit der Sportart und den Protagonisten besser auskennen. Mir geht es ja hauptsächlich darum, euch die Kollektion mal kurz vorzustellen und die Sticker zu zeigen. So dass jeder, der Spaß an Wrestling hat und diese Kollektion noch nicht sammelt, sich dann überlegen kann, ob ihm das gefällt, was er da sieht. Wie zum Beispiel hier dieser große Sticker von Lana. Und dann kann man derzeit ja relativ günstig in das ganze noch einsteigen. Hier haben wir Alexa Bliss. Das macht es für mich dann auch ein bisschen einfacher, wenn die Namen draufstehen. Hier Shinsuke Nakamura. So, drittes Päckchen mit Jake the Snake Roberts. Das ganze gespielt mit sehr vielen Action-Motiven, direkt von Wrestling-Veranstaltungen. Und die Sprungeinlage fand man bei Tops wohl so toll, dass man sie uns direkt zweimal ins Päckchen gepackt hat. Wer von euch da so regelmäßig zuguckt, dem wird die ein oder andere Szene mit Sicherheit bekannt vorkommen. Oh, und hier haben wir mal ein Glitzer-Sticker mit dem WrestleMania-Logo. Der funkelt richtig schön, wenn man ihn ein bisschen im Licht bewegt. So, und dann wieder die kleineren Sticker. Und das ganze auch schön durchmischt mit Hoch- und Querformat. Lockert das ganze immer ein bisschen auf, wie ich finde, wenn nicht nur Sticker dabei sind, die alle relativ gleich aussehen. So, direkt noch einer der Glitzer-Sticker mit Brock Lesnar. So, und dann kommen wieder unsere kleineren Sticker, beginnend mit den drei Herrschaften in den lila-blauen Anzügen, die wir eben schon mal gesehen haben. Im nächsten Sticker-Päckchen finden wir einen großen Sticker von Eric Young. Und dann wieder die entsprechenden Action-Sticker aus dem Ringgeschehen. So, und das spricht leider gar nicht für diese Kollektion, dass wir schon zum zweiten Mal innerhalb eines Päckchens einen Sticker doppelt haben. Da, die Mischmaschine gefuscht. So, nächstes Päckchen wieder mit Glitzer-Sticker von Bray Wyatt. Gucken, dass wir die großen Sticker zumindest alle hier im Bild unterbringen. Dann haben wir Alicia Fox. Und den Sticker haben wir auch schon gesehen, also es wiederholt sich ziemlich schnell. Aber mit 244 Stickern. Das Ganze ja auch keine übermäßig große Kollektion, sondern eine, die im überschrubbaren Rahmen bleibt. Und die man da ganz gut sammeln kann. Enzo Amore und Big Cass haben wir hier auf dem nächsten der großen Sticker. Gucken, dass wir den hier noch unterbringen. Und dann wieder spektakuläre Action-Sticker. Dann haben wir einen der Sieger-Gürtel vom NXT Women's Championship. Und wir kommen zu unseren letzten beiden Sticker-Tüten für heute. Wir finden da nochmal einen Glitzer-Sticker von John Cena. Sicherlich einer der bekanntesten Protagonisten, dessen Namen man dann auch mal gehört hat, wenn man sich nicht täglich mit Wrestling beschäftigt. So, dann hier wieder der Action-Sticker, den wir schon im ersten Päckchen hatten. Und auch das ein sehr spektakuläres Bild. Und dann schauen wir mal, was wir aus unserem letzten Sticker-Päckchen noch ziehen. Noch mal einen Glitzer-Sticker. Jetzt muss man mal ein klein bisschen umbauen. Dass wir AJ Styles hier noch in die Mitte bekommen. Und dann nochmal die Action-Sticker, wollte ich sagen. Aber da haben wir noch einen der Profil-Sticker von PAGE. Und mit zwei schön knallbunt lilanen Anzügen beschließen wir dieses Unboxing der 10 Sticker-Tüten der WWE Ultimate Collection von TOPS. Eine, wie ich aus Sammler-Sicht finde, äußerste gelungene Kollektion mit einer guten Mischung zwischen Profil- und Action-Bildern. Sofern sich unter euch ein Wrestling-Fan befindet, der sich regelmäßig diese Veranstaltung anschaut, gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie die Kollektion aus Fansicht so ankommt. Denn wenn man sich intensiv mit einer Sportart auseinandersetzt, dann wird so eine Kollektion ja anders wahrgenommen als von jemand, der einfach Spaß am Sammeln der Sticker hat. Ich freue mich da auf eure Rückmeldung, gerne aber auch von allen, die nicht zu den regelmäßigen Wrestling-Zuschauern gehören, denn auch dann kann man ja durchaus eine Meinung zur Gestaltung dieser Sticker haben. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und diese Sticker noch sammeln möchte, kann sich die, wie gesagt, relativ günstig über einen der bekannten Online-Marktplätze sichern und dann auf die Jagd nach allen 244 Stickern dieser Kollektion gehen. So, ich hoffe, dieser kleine Ausflug zum Wrestling hat euch gefallen, denn das ist ja letztendlich auch das Ziel dieses Collectors 10er Formats, auch mal ein paar andere Kollektionen außerhalb des Fußballs vorzustellen. Den gibt es aber dennoch weiterhin und reichlich hier auf dem Kanal und wenn ihr dazu keins der künftigen Videos verpassen wollt, dann sichert euch jetzt schnell das kostenlose Abo. Vergesst nicht nochmal aufs Däumchen nach oben zu drücken, wenn ihr bisher nicht geliked habt und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder, bis dann macht's gut, tschüss.